Deine Füße sind gut geerdet. Spüre die Fußsohle auf dem Boden. Die Schultern hängen locker neben dem Körper. Dein Steißbein sucht die Fersen. Und dein Gesicht trägt ein Lächeln. Beginne die Übungen immer mit einem inneren Lächeln. Beginne die Handgelenke zu kreisen. In die andere Richtung Energietore öffnen. Dann gehen wir auf die sprudelnde Quelle. Wir heben die Fersen mit beiden Füßen gleichzeitig. Wieder absetzen und leicht die Zehenspitzen anziehen. Und wieder abstellen. Wir machen zwei lockere Fäuste. Wir klopfen mit der rechten auf unsere Brust. Und mit der linken, mit dem Handrücken zum Tor des Lebens. Parallel zum Bauchnabel. Wir gehen dabei leicht in den Knien auf und ab. Und die Hüfte macht so leichte Drehbewegungen nach links und rechts. Wir werden langsamer nehmen. Wir nehmen die Arme wieder nach unten. Wir machen zwei lockere Fäuste. Wir nehmen die Arme vor der Brust. Halten die Unterarme zusammen. Und wir schieben die Arme nach oben. Öffnen sie. Drehen sie zurück. Schließen, nach oben schieben, Ellenbogen zur Seite, zurück. Den Wustkorb weit machen. Beim nächsten Mal machen wir das Ganze andersherum. Wir ziehen die Arme nach unten. Öffnen und oben zusammen. Öffnen. Vergiss auch dabei dein inneres Lächeln. Und zurück und langsam nach unten lösen. Wir nehmen den rechten Arm nach oben und stützen den Himmel. Und der Linke stützt die Erde. Der rechte Arm geht nach unten, stützt die Erde. Der Linke geht vor dem Körper nach oben, stützt den Himmel. Die Knie mitnehmen, die Dehnung genießen, Himmel und Erde stützen. Die Ellenbogen sind leicht angewinkelt, immer in einem Rundbogen. Und wieder nach oben. Langsam den Arm wieder herunternehmen. Wir nehmen nun unsere Hände und reiben sie ganz kräftig die Fingerspitzen. Zeigen nach oben Richtung Himmel. Wir legen die Hände auf unsere Nieren. Schicken unseren Nieren Kraft und Energie einen Atemzug und ein Lächeln. Wir nehmen die Hände zur Bauchmitte. Wir streichen unser Gürtelmeridian aus. Wenn die Hände am Rücken sind, ist der Handrücken hinten vorne die Handinnenfläche. Das Himmels-Gi einsammeln, positive Gedanken einfließen lassen. Die Handinnenflächen vor dem Körper langsam herunterziehen. Alle drei Dantien verbinden. Wir sammeln die positiven Gedanken in unserem Bauchraum. Die Kraft kommt aus der Mitte. 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 Die Kraft kommt aus der Mitte.